Wirtschaft und Werte 2.0. Der heilige Benedikt und Julius Raab. Diese Themen stehen im Zentrum der Ausstellung Schaumarmor, die anlässlich des 125. Geburtstags des Staatsvertragskanzlers Julius Raab zusammengestellt wurde und von April bis Oktober im Stiftzeitenstätten zu erleben ist. Ergänzt wird die Ausstellung ab 4. April durch die Vernissage von Rosa Heger in der Neuen Stiftsgalerie und am 16. April durch den Frühlingspflanzenmarkt im historischen Hofgarten.